Der Anteil der verunreinigten Proben entspricht etwa einem Drittel der von den Konsumenten bei uns abgegebenen Substanzen. Wir reagieren mit Drug Checking auf eine gesellschaftliche Realität und die ist eben, dass Drogen konsumiert werden. Wir haben nicht wirklich die Möglichkeit, die Qualität zu erfüllen, falls es an anekdotalen Beispiele von Freunden hat. Oder wenn sie wirklich erforderlich sind und sie sagen, oh, das ist wirklich gut, wirklich stark, aber es ist wirklich nur ein Wort im Mund, das ich wirklich nicht kann. Also der Wirkstoffgehalt der Substanzen hat in den letzten 20 Jahren kontinuierlich zugenommen. Als wir in den 1990er Jahren mit Eve und Rafe Drug Checking durchgeführt haben, haben wir im Kokain 20 bis 40 Prozent Wirkstoffgehalt gehabt. Heute finden wir in Kokainproben zwischen 80 und 90 Prozent Kokain. Wir sehen häufig auch, dass eine bestimmte Perspektive von Ketamin-Sampel ist, aber ich bin nicht sicher, was es eigentlich war. Und ich testete eine MDMA-Pill. Ich benutze Drug Checking, weil ich denke, dass es sehr leicht ist, die falsche Substanz zu bekommen. Und auch die Menschen, die es zu verkaufen, wissen nicht, was in es ist. Wir sehen häufig auch, dass eine bestimmte psychoaktive Substanz, die zum Beispiel als MDMA abgegeben worden ist, dass dann gar nicht Ecstasy drin ist, MDMA drin ist, sondern Ketamin. Sowas kommt relativ häufig vor. Und man muss sich mal vorstellen, man ist auf einer Party, will Ecstasy konsumieren, will sich stimulieren, will eine schöne Party haben vielleicht. Und dann hat man aber auf einmal das Narkosikmittel Ketamin und verliert das Bewusstsein. So if I found out that my drugs were contaminated, I would probably throw them away and tell all my friends just as a warning that you can never be sure and to always test your drugs. Die Nutzerinnen des Drug Checkings kommen zu uns. Dann gehen sie mit dem Berater oder der Beraterin in einen Beratungsraum. Und dann werden so ein paar Fragen erhoben. Alles anonym. Dann am Ende des Beratungsgesprächs haben die Konsumenten die Möglichkeit, die Probe abzugeben. Wir nehmen die entgegen, verpacken die und schicken sie dann mit einem Kurier zu dem Landesinstitut für Gerichtliche und Soziale Medizin. Dort wird die Probe untersucht. Wir bekommen das Ergebnis zurückgemeldet, kommentieren das Ergebnis. Und der Konsument hat eben dann die Möglichkeit, bei uns anzurufen oder persönlich vorbeizukommen und kriegt das Ergebnis mitgeteilt und kriegt auch erklärt, was das für ihn bedeutet. Wir brauchen eine Menge von etwa 10 bis 20 Milligramm. Das entspricht etwa ein bis zwei Messerspitzen eines Pulvers. Und wenn wir eine Tablette untersuchen, dann nehmen wir allerdings die gesamte Tablette entgegen. Wir sehen eben, dass wir durch Drug-Checking über den Konsum von psychoaktiven Substanzen neutral informieren und auch über die Risiken aufklären und dafür sensibilisieren. Und wissenschaftliche Studien zeigen, dass Menschen, die häufig Drug-Checking in Anspruch nehmen, vorsichtiger, risikobewusster und insgesamt weniger konsumieren. Bundesländer, die Drug-Checking durchführen wollen, können jetzt eine Rechtsverordnung erlassen und dann kann man legal und rechtssicher Drug-Checking durchführen. Wenn wir Hoch-Risiko-Konsumenten zum Beispiel aus der offenen Drogenszene erreichen wollen, müssen wir niederschwelliger werden. Und der Gesetzgeber hat ja jetzt auch dafür die Möglichkeit geschaffen, zum Beispiel Drug-Checking in Drogenkonsumräumen durchzuführen. Dort, wo Hoch-Risiko-Konsumenten ihre Substanzen unter betreuten Bedingungen konsumieren. Und das ist auch eines unserer nächsten Maßnahmen, die wir anstreben, Teile des Drug-Checkings so weit zu mobilisieren, dass wir das vor Ort in Drogenkonsumräumen durchführen können. Bis zum nächsten Mal.